Die junge Lady, die läuft, das hat so ein dicker Eier. Stiehl die Valkyre. Müssen wir alle die Valkyre stiehlen? Ja. Ja. Hauptsache, wir haben einen autospawn. Nein, Chef, du kannst ja nicht sparen, du hast gerade in den Luft gehofft. Out. Geht wo du Schopper? Hubschrauber, schnapp und wieder reist. Hm, der wird aber auch gut. Von vorne oder von hinten, zu Land, zu Wasser oder aus beiden Richtungen. Von oben am besten. Oder wir fahren mit dem Auto einfach gerade rein. Ja, ich glaube, es ist einfach. Ich glaube, es wird nicht so einfach. Ja, genau. Ich glaube, es wird nicht so einfach. Wir fahren mit dem Auto bis zum Hubschrauber, steigen bloß um und holen sofort wieder ab. Ja. So ungefähr. Aber ich glaube, das wird nicht werden, weil so wie das dort stand mit Snipern und... Ja, das Problem ist, bis der Heli in der Luft geht, das dauert ein Moment. Bis sie eingestiegen sind, das dauert. Oh, jetzt geht's schon los, was? Und, Action. Ach du, ach du kriegst die Tür nicht zu, ach du Scheiße Lass mich sein, komm rein, komm ruhig zu bleiben Alter, wenn du dich hier durchschiebst Das ist schon ein bisschen hart, ne? Ja, killt er, weil es Leute hier ist Ich würde nicht aufsteigen sein Na doch, jetzt hinein, Noob Schrauber, komm Komm, 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 komm Ich will doch nicht fliegen, hau doch ab Ja, steigt halt alle vorne ein Das ist ok Der steigt jetzt gar nicht mehr ein Komm, klick gleich ab WTF? Nein Ja, es passiert nichts wenn ich einsteige, jetzt sagen Nice Was, andere Heli? Kannst du nicht nennen mit Munition, oder? Ja, ja Ich glaube, das sind die großen, die großen, roten Reise Ich muss ein bisschen höher fliegen Ich muss ein bisschen höher fliegen Das ist ja Das ist ja Kommt auch ein Hauser Ja, ja Gut, ein Heli ist weg Er sieht doch Ne, doch noch nicht Doch Ja, ja, der BAM Und dann Da gibt es das Wenn ich auf eine Ja 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 Ich weiß, er Oh, links? Da kann ich mich abonnieren Den hat's erwischt Einer ist unter uns Ich sehe ihn nicht Den habe ich Der ist eigentlich Dreh-Einer Hinter uns müssen wir irgendwo einer sein Ja, der ist gleich weg sein Ich hab ja auch noch so geschützt hier Wie beim Bein, wo ist er, ne? Über dem Volkstil dann Liegt er Das ist jetzt nämlich wieder besser Wenn du da bessere Grafik hast Dass du die von einer übelst weiten Entfernung siehst Weil ich seh die noch nicht mehr Ah, das geht so, du siehst man ja Fliegen mit anderen Spielern Plus 200 AP Wir rauchen aber auch schon gut Na gut, jetzt haben wir's aber Das ist der Ausdruck, der her qualmt Ne, wir haben's zum ersten Mal geschafft, ohne zu sterben Krass Alter, stell dir mal vor Du hättest dich doch durch die Bosses durchkämpfen müssen Das wäre jetzt vielleicht bei der Halle Überhaupt Da hätten wir vor allem schon alle keine Munizien mehr gehabt Und wir hätten auch schon zweimal neu gestartet Ja, der Auto ist schon ganz nett Ja, der Auto ist schon ganz nett Ja, der Auto ist schon ganz nett Das ist der Grund Der Auto ist schon ganz nett Der Auto ist schon ganz nett Das ist der Grund Das ist der Grund Ja da ist es noch Okay, ich bin We got it from here. Zwei Tüten, nein. Keine Ahnung. Kleinen die unseren Elie. Ja.